Ja, hallo zusammen und willkommen bei Agents of Mayhem, wo ich es ja das letzte Mal echt verrissen habe. Irgendwie habe ich die Quest nicht gefunden. Aber shit happens. Ähm, warum kann ich eigentlich nicht? Ah, doch, wollte ich sagen. Dieses Mal sollen wir die Garage besuchen und wir werden die Quest wahrscheinlich neu machen müssen. Ja, da bin ich. Bitte, sag mir, ist es wirklich wahr? Ich habe gehört, dass du ein zivilisches Fahrzeug benutzt, um nach dem Dynamo zu schießen. Warum? Ich habe etwas falsch gemacht. Äh, passen Sie Ihr Fahrzeug an. Trotz Ihrer Beleidigung, aha. Ein Skin, na dann. Bla. Mh, na, 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 na. Okay, da sind viele noch nicht freigeschaltet. Aber da bleibt ja nur das. Okay. Dann haben wir gemacht. Ähm, okay. Wir werden jetzt die Quest nochmal neu starten müssen. So wie ich das sehe. Weil ich ja beim letzten Mal absolut den Eingang nicht gefunden habe. Irgendwas muss ich übersehen. Operation. Okay. Dann machen wir die nochmal. Vielleicht finde ich ja dieses Mal den Weg. Ich würde ganz gerne das Team bearbeiten und würde stattdessen ihn hier nehmen. Äh, lalalalala, was kann ich da auswählen? Okay, die sind auch hier. Wumme des Todes finde ich gut. Wenn schon killen, dann richtig. Kann ich hier irgendwas ändern? Ne, sind doch alle. Okay. Okay, 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 okay. Äh, Mann aus Eisen. Ja, nehmen wir doch mal. Ja, sieht doch gleich mal schicker aus. Und der Eisenhändler. Ja. So, dann zurück und entsenden. Wollen wir doch mal schauen. Ja, finde ich gut. So, diesmal hoffen wir, dass wir den Eingang auch finden. Und nicht so wie beim letzten Mal, wie die Dummen da rumgeeiert sind. Also ich war der Dumme, ihr wart die, die mir zugeschaut haben. So. Huch, das war jetzt nicht Sinn der Sache. Hey, hau ab. Wie war denn das jetzt noch mit Autorufen? Irgendwie so. Jupp, so war's. So. Dann folgen wir mal hier der... Der Strecke, die uns vorgegeben ist. Ups. Hab ich nicht gesehen. Hab's ja mal. Jetzt noch. Jetzt fährst du mir da direkt vor die Nase, du Idiot. Ähm. So. So. Huch. Da sollte ich wohl da lang. Lalalalala, hier sind wir. Ja, da bin ich. Ja, genau. Sehen wir uns später. Da. Ja, genau. Das haben wir schon gesehen. Agent, I've sent a car for you. Drive to the location I've marked on your map. Okay. Ähm. Ja, das wissen wir schon. Der wird dir auch gleich richtig Stress machen. Ich weiß nicht, ob er ein Uplink hat, irgendwo in der Stadt. Hm, halt auf. Wenn er da ist, dann finden wir ihn. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Entschuldigung. Hoppala. Ihr rumz und wummerz wieder wie blöd. Ich kann nichts dafür. Ich bin entschuldig, wie immer. Seht zu, dass du von der Straße kommst, Mann. So. Da müssen wir hin. Jojo. Huch. Du sollst Y drücken. Hallo. Ich glaube, das war dahinter. Ja. Jut. Jaja. Ja, versuche ich auch. Weiß jetzt nur nicht, warum das... Ah. Jetzt hat er es irgendwie. Okay. Das war die Richtung. Okay. Anu. Die Richtung. Da ist der nächste. Mhm. Wussten wir ja schon. Ja, ja. Der war hier irgendwo. Weiß gar nicht mehr. Hä? Welche Richtung der Busche war. Ah. Da runter. aus. Ja, ja. Ich habe eine Karmale. Ich habe eine Karmale. Diese Hale Trooper ist außerhalb der Medikation. Wir haben die Analyse bergabend, die an der Ressidum von Dark Matter. Hammersmith muss auch diese Fragments. Mhm. Ja, wir versuchen das mal. Ja, traumhaft. So. Da steht unsere Karre. Dann holen wir uns die auch mal. Was ist das jetzt hier? Hä? Gehst du kaputt? Das gab einmal Ausrichtung. Na, siehst du wohl. Nehmen wir doch gerne mit. So. Hamlin, hast du die Daten aus diesen Kometfragmenten gesehen? Hey, Freide. Du bist total richtig über diese Dark Matter Resonanz-Stofa. Es ist eigentlich nichts, aber ein hoher Schlauch, aber ich sehe einige verrückte Krystal-Formationen, direkt über die Schleuchze. Aber Dark Matter Krystal sind in Legion-Laboratoren. Ja, aber das ist aus dem Raum. Wartig, oder? So. Genau, der soll sich raushalten. Das ist ein zweites Vehikel. Wir haben noch eine Schlauch auf das, aber die Fragmenten sind unstabil. Na dann. Na, komm. Ab geht's mit dir. Autsch. Autsch. Was sind denn los, Jungs? Ihr wolltet es ja wohl wissen, ne? Na, komm. Ups. Was ist hier denn los? Arschloch. Warte, Arschloch. Na, komm her. Da. Jetzt habe ich aber meine Rama verloren. Wie blöd. Ich mag die ja. Ey, lass das. Ach, falsche Richtung. Faltlich falsche Richtung. Ich bin gerade hier. Ey, mach dich mal locker. Ernsthaft. Die Karre sieht nicht gut aus. Nein, nein, nein. Tut sie nicht. Nein. Also wirklich gut aussehen tut sie nicht. Aber die letzten 500 Meter solltest du ja schaffen, oder? Tschöyung. 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 So. Da sind wir dann. Ja, der da oben wahrscheinlich. Da bin ich aber im letzten Mal auch rein. So. Was soll'n' das hier? So, Arschloch. Immerher da mit dem Zeus. So. Ey, 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 lass' das. Lad' nach, Mann. So, Ruhe im Kabuff. Betreten Sie das Legion Versteck. Okay. Das hat beim letzten Mal irgendwie nicht funktioniert. Wer bist'n du jetzt? Schläger-D-Bla. Wo bist'n du? Arschloch. Lass' das. Das ist jetzt Ruhe. Ei, ei, ei. Machen wir. Machen wir. Aber erstmal gucken wir noch, ob hier noch irgendwelche Sachen rumliegen. Ah, ich soll meinen Scanner benutzen. Der mir aber gerade nicht wirklich hilft. Ey, soll's Y... Warum funktioniert das mit Y nicht? Kann man das mal verraten, was der Scheiß soll? Da ist irgendwas. Aha. So. Ich frag' mich, warum ich das beim letzten Mal übersehen habe. Aber... Aber... Aber, ihr Lieben, ich nehm' das mal so zur Kenntnis. Okay. Ich versteh's nicht, warum ich's beim letzten Mal... Ich hab' nichts anderes gemacht. Aber gut, wir nehmen's so zur Kenntnis. Dann sind wir halt diesmal mit Dickerchen unterwegs. Warum ich übrigens die kleine Rama beim letzten Mal so verloren hab. Japp. Ich wieder. Ja. Hm. Das macht ja nichts. Wie unkind. Hey, ich will nur diese Space-Rombs. Du findest nichts hier, aber Tablescracks. Die Feast ist weit über deine kleinen kleinen Hände. Mhm. Wenn du das sagst... Wir werden sehen, was wir hier finden. Gah! Was das? Blatt nach. Ja! Du klingst wie dein Schiff-Hartes. Du willst mich zu schrauben, nicht wahr? Nicht wahr? Ja! 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 Das ist mir doch egal. Ob du sowas machst. Schnauze. Ja, 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 ja. So. So, Arschloch. So. Und Bom. So. Oh, was war das denn? Ach, halt die Fresse. Na, ey, sag mal. Ist jetzt mal gut hier? Ach, halt die Schnauze. Mann, Schnauze. Was an Schnauze ist so schwierig zu verstehen? Doch, das weiß ich. Ja, 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 ja. Ich muss mal eben hier auf Helds hoffen. Zumindest gab es ein wenig. Was haben wir da rum? Da liegt doch irgendwas. Schnauze. Schnauze. Habe ich jetzt wirklich alles aufgesammelt irgendwie? Ich finde es ja fast beängstigend. Wie schnell man schon mal in Helds flöten geht. Gut kann ich das nicht finden. Ja, ihr Lieben. Und bevor wir jetzt den nächsten Raum betreten, werde ich mich für heute verabschieden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und hoffe dann wieder beim nächsten Mal, wenn es heißt Agents of Mayhem. Oder so ähnlich. Okay, bis denn dann. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Mayhem hat's share of its sentries. But let me introduce the most volatile of all. The so-called Bombshells. Joule is both Labelle et Labette. She's equally as comfortable walking the runways in stilettos as engineering murder turrets. I like what I see. And then there is Rama. The irony is not lost on me that the world's foremost immunologist is herself one of the most lethal forces of destruction. Today is not your day. No team is complete without its lunatic. Red Card is a football-obsessed psychopath with a heart of gold. Well, maybe silver. Well, maybe silver. How is the time when we dance? When circumstances are most dire. When the pressure is absolute. When only the heavy artillery will do. I call in the Bombshells. Eyes were agents. Agents were اب fund. Not for agents. Agents of Mayhem. Agents of Mayhem. Untertitelung des ZDF, 2020